Los geht's! Passt das Ganze! Gibt es endlich eine Aufbruchstimmung, 83 Tage vor dem Eröffnungsspiel. Es gibt den ersten Durchschuss und den ersten Treffer! Acht Sekunden! Florian Wirtz! Wir kicken mit Mut und Risikobereiten. Wirtz, guter Ball für Muldialla. Die beiden Janster, Shabai Muldialla. Aber es läuft mit Kai Amas, 2 zu 0! Effektivität, auch das ist das neue Deutschland. Die Gäste schimmert blau. Sein letzter Funk kommt, grüßt mir meine Frau. Und er verstoß. Und sie trauern noch, die Egoistin. Mutschaltung bringt sich, wenn die wissen. Ich würd hier ein Licht durch das All. Das könnt ihr noch nicht. Ich komme bald. Mir wird krall. Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Mario Götze! Philipp Lahm! Jaaa! Für den Start! Ja! Fusil! Ja! Jonas Hector! Ja! Jonas Hector! Ja, du hast es! Du hast es! Ja, du hast es!